Und dann kommt noch eine Kommode. Ah, die müssen wir in den Außenbereich machen. Die muss hier außen ran. Und zwar kommt die nämlich dann hier hin. Da steht es ja halber an der Wand drin. Das gefällt mir ja nicht. Wenn ich nicht so ersetze, ne? Oder? Nee, gar nicht. Okay, sah nur so aus. Hallo? Danke. So. Und dann kommst du da hin. So. Sehr schön. Und da hinten ins Eck kommt dann ein Schreibtisch wieder. Ah, sind die schön mit dem Rumpfastel? Ja, traurhaft. So, und dann wieder ein Stühlchen. So, ne? Dann haben wir das wieder eingerichtet. Brauchen nur noch ein paar Fenster. Fenster, 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 Fenster. So. Dann hier. Und da drüben machen wir keine. Da können sie uns dann nochmal reinklotzen. Das wollen wir ja nicht. Dann machen wir hier so hoch kein Fenster mal rein zur Abwechslung. Na? Und dann auch hier auf der Seite. So, perfekt. Sehr schön. So. Dann musst du ja wieder in eine Decke rein. Und zwar das jetzt. Nun, 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 nun. Oh, warte, das war jetzt aber falsch. Das machst du mir jetzt aber gar nicht ernsthaft. Nein, das soll nicht da ran. Ja, da. Danke. So. Puh. Perfekt. So, dann wieder Wändchen hochgezimmert. Gut, 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 gut. Das haben wir aber hier nur drei. Oh, das war fehlerhaft. Könnten wir sogar noch da hinkriegen. Wobei, das war doof. Zwischenwändle. Ja, davon hier bis nach hier. Dann brauchen wir da eine Wohnungstüre. Das ist so eine. Aha, 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 aha. Lassen wir es mal ein bisschen kleiner. Ich glaube, es ist mal nicht ganz so groß. Lassen wir es mal ein bisschen kleiner. Jetzt einfach mal fertig. Boah, nicht immer ausflippen, Herr Bugi. Boah, nicht immer so monströse Gebäude bauen. So. Wir sind ja im Grunde mehr oder weniger so ein bisschen Mittelalter. Also von daher. Ruhig blutbraune. So, und dann von da bis nach da. Genau. Dann kommt da wieder eine Türe rein. Zip. Zip. Sehr schön. Und ein paar Stühle. Und zwar, hier sind sie schon. Zack, zack. Und noch ein Tischlein. Noch ein anderes Tischlein. Und wieder ein Stühlchen. Noch ein anderes Stühlchen. Jo, jo, jo. Dann kommen wieder drüben die Kommoden. Das werden halt synchrone Fertigbaubuden hier. Nichts mit Kundenwünschen. Da hast du ganz vergessen. Das muss erst mal effektiv sein. Wir haben so einen Haufen Einwohner, die keiner eigentlich zu Hause haben. Geht gar nicht. So. Wobei. Hör mal auf. Hier hin. Wobei. Ne. Andere Idee. Bessere Idee. Dich weg. Wo war's denn? Da. Das packt jetzt aber in der Wand. Das wollte ich jetzt aber nicht. Hallo? Ach, der Speicherzweiter. Du bist ein Arschzwirbeler, Mann. Ist doch auf damit. Mach das irgendwann anders. Aber nicht, wenn ich am Bauen bin. Ich glaube, das passt. Ja. Gut. Stühl. Wobei. Es müsste ein Nibbelstuhl sein. Definitiv. Nibbelstuhl. Daily Update. Nö. Reicht net. Okay. Kapiert. Alter, wir 4.000 fressen haben wir. Wo ist unser Koch? Müssen wir jetzt eben disponieren. Was fehlt denn hier? Fleisch? Okay. Kann natürlich problematisch werden. 67. Dann machst du da 40. Da haben wir 108. Dann machst du da 50. Korn hat mal 32. Dann machst du ja gerade was. Das ist dann okay. Und dann kommst du wieder her. Machst den Gegenzug. 40. Das sind dann 120. So. Viel Spaß. Der ist schon mal wieder beschäftigt. Gut. Häuslein bauen. Da war man stehen geblieben. Genau. Kommoden sind da. Das ist da. Ein kleines Buchgeld davor. Vergessenes Dachdorf zu ziehen. Scheiße. Wenn ich jetzt aber herkomme. und nein, ich kann nur Items rauslöschen. Ich kann keine Wände rauslöschen. Das ist doch scheiße. Warum kann ich keine Wände rauslöschen? Müssen wir doch ein kleines Dach hochzimmern. Na gut. Von mir aus. So. Da sagt man, machen wir die Hochkantfenster rein. Mal kurz von außen anschauen, damit das synchron ist. Und dann brauchen wir nochmal dich. Das passt. Brauchen wir nochmal dich. So. Dann bauen wir uns eben das eigene Dach. Ach, süß. Kommst du mir mal. Aber was soll es, wenn es geht? Muss ich nicht mal, das soll ein Stein sein. Ah, das ist natürlich auch toll. Ah, Zichelstein. Freue mich schon drauf, wenn wir es verarbeiten können. Mh, ein bisschen heller so. Hier, warte, 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 warte. Das war jetzt ein Fehler. Ah, Fehler. Nicht. Müssen wir jetzt ein bisschen anders machen kurz. So. Ah, das schießt aber zwei raus. Und das ist nur ein, ne? Ja, das war jetzt doof. Das war jetzt doof. Mal kurz eins rückgängig. Dann halt nicht. Ah, der Trader kann mich mal. Ich hab grad andere Sorgen. Was will denn der? Die Nerv-Buggy. Ach, geh weg. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht sowas. Nee, nee. So. Jetzt können wir das nicht so ziehen. Na? Kommt noch eins raus. Genau. Und dann hier. So. Na, steht jetzt nämlich schon mal über. Das ist schön. Dann können wir da eins reingehen. Das würde er zwei machen. Das hier würde er zwei machen. Und dann wieder hier zwei. Und wieder hier zwei. Dann wieder hier zwei. Und hier zwei. So. Noch eins rüber. Danke. Und hier. Und hier. So. Und ich hab noch was über... Äh, ups. Das wollte ich jetzt nicht. Ich hab noch was überlegt, was wir machen können mit unserem Lagerfeuer, was wir da haben. Ich bin gerade eben so beim Zocken die Idee gekommen. Huch. So. Bis dahin ziehen wir das hier so zu. Zack. Ja. Alles fertig. Wir haben keinen Woodlock mehr. Oh. Der ist erklärt natürlich viel. Der ist erklärt natürlich sehr viel, warum hier nichts mehr vorwärts geht. Deswegen das Ausrufezeichen gerade. Lalalala. Ach, deswegen hocken die da jetzt da oben fest. Ach du Scheiße. Jetzt gar nicht aufgepasst. Oh oh. Herr Bugi. Händel, da vielleicht was vergessen. Nö, nö. Ich glaub's nicht. Eigentlich schon, aber... Aber die sind wieder hochgekommen. Ach, die haben sich da jetzt irgendwie hochgebaut. Was kommst du denn mit runter? Nee. Deswegen. Ja, da ist jetzt... Da hat doch Holz. Müssen wir es nur holen. Warte mal. Pause. 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 Erstmal Holz holen. Wollen wir jetzt die Zweite runterkommen? Ne? Ne? Das wäre mir jetzt gerade erst mal lieb. Wenn ihr euch darum kümmern würdet. Geh mal ein bisschen Gas hier. Feuer. Ja, die laufen jetzt alle schön da hoch und holen Holz. Sehr gut. Und jetzt setzen wir auch gleich wieder die Bauarbeiten fort. Weil jetzt haben die ja nicht Holz. Und dann können die runterholen. Die können erstmal essen. Die haben Hunger. Zwischenzeitlich. Willkommen. Darf ich mal. Ich hoffe, die kommen auch wieder runter. Ah, da ist noch eine andere Leiter geballahnt. Ah, sehr schön. Okay. Wäre cool, wenn ihr die mal bauen könntet. Hallo. Ah, jetzt. Ja, du nimmst den Stein noch mit. Das finde ich gut. So, sehr gut. Da die jetzt unten sind, können wir die anderen Gebäude wieder fortsetzen. Und zwar dich. Continue building. Continue building. Continue. Das ist noch gar nicht passiert worden. Okay, gut. Dann passt's ja. Ah, Holz leer gegangen. Ja, gut. Bei den Mengen, die wir hier verbraten. Huiuiuiui. Wundert mich das, nicht? Oh, Kines. Ah, da kommt ein schönes Holz. Ah. Glückwunsch. Ich glaube nicht. Der Karten hat das schon so reinigst im Auftrag. Jo. Ein bisschen was, ne? Kleines bisschen was. Sie sind mit den Baustellen, die mal vorwärts. Kein Wunder gegen den. Ja, klar. Geht da nichts mehr, wenn da Holz leer geht. Boah, das ist aber übelstmaterial. Jetzt steht auch dran, wie viel da rauskommt. Medium oak tree. Das ist, glaube ich, ein großer, ne? Large oak. One hundredth of years old. Too bad. Was? Kann gar nicht sein. Die habe ich ausgepflanzt. Pff. Heh. Ich meine, die mit den Standards brüchen. So. Weaverin. Ist die beschäftigt? Nicht mehr lange. Dann machen wir hier mal wieder hundert. Dann machst du mir hier zwanzig. Dann machst du mir Leder. Dreißig? Äh. Und dann machst du mir mal ein paar Blüschi-Täusch. Und zwar zehn. Und so Fußmatten wären cool. Dann machst du mal... Auch mal zehn. Dann sollte das, glaube ich, so halt alles passen. Ansonsten wird es nachproduziert. Ganz einfach. So, der kommt mit den Tieren klar. Der versorgt die. Das ist schön. Da war dann gleich noch ein Tisch hin. Das ist auch toll. So, jetzt haben wir nicht. Wie viele Baustellen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah, ist ordentlich. Die sind schwer beschäftigt jetzt. Vor allem um den Scheiß noch einzusammeln. Oder eventuell auch mal das da hinten. Oder allein das hier schon. Ah, die Miner sind jetzt, seit ihr dann... Dann müssen sie es ja noch machen. Wenn das nicht gemacht ist, dann kommen die nicht her. Und, ähm... Ging es mit der Arbeit. Aber der Manson hat ja eigentlich im Grunde, glaube ich, das schon gemacht, was ich vorhatte. Ja, hat er. Sehr schön. So. Warte, ich wollte da nicht so einen Steinzaun noch rummachen einfach, weil es schön aussieht. Ich hoffe, das geht auch auf. Ja, ragt ein bisschen rein, aber ist nicht schlimm. Zip. Drehen wir das wieder? Zip. 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 Ah, schön, schön. Das Dorf wächst und gedeiht und hängt. Das ist mir im Hängen, weil es ja nicht ernst gemeint. Oh, geht doch. Schön. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir vielleicht noch bauen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Könnt nur etwas dauern, bis es dann umgesetzt wird, weil ich am Vorproduzieren, wie gesagt, bin. Und von daher könnte es sich ja um eventuelle 1-2 Tage-Wochen... Das war jetzt hässlich. Was ich da gemacht habe. Äh, das war jetzt doof. Kann der ja noch nie versetzen. Warte, bis er kommt. Aber tschüss, auch eine interessante Perspektive. Wie damals im GTA 1. Yay. Wer hätte gedacht, dass das Spiel so einen Ruhm... So ein Bekanntheitsgrad... Was? Ne, das habe ich mir so nicht gesagt. Aber was hältst du das nicht gescheit? Du Arsch! Hä? Okay. Verstehe ich es nicht, er macht es richtig, aber egal. Von mir aus... Oh, es sind nur noch sieben. Ich dachte, es reicht. Gut, dann halt nett. Dann muss der Manns noch ein bisschen was bauen. Zwei, eins und das letzte. Wobei, komm, das ist jetzt mal komplett was anderes, denn das sieht doof aus. So. So. So, dann brauchst du nochmal ein bisschen Geschäfte, guter Herr. Hier nämlich. Und zwar... Machst du nochmal am besten 30 Stück davon, wer weiß, was wir nötigen. Das kannst du eigentlich noch Schönes bauen. Eigentlich nix. Die können auch genauso viel... 1034, halter Stein. Daily Update. Nööööö. Morgen haben wir es geschafft, dann kommt wieder neue Bewohner. Solange müssen wir hier rund skituldeln, meine Hassis. Höchst interessant. Von allem, dass das alles konstruktionstechnisch so gut klappt. Ich bin echt fasziniert. Boah, das ist ein Megaprojekt. Boah, was da Holz rauskommt so unterm Strich. Was da Holz verbraten ist. In dem Teil. Schade ist und da dran steht. Ich glaube, wir können das Gebäude anklicken. Halt, hier. Hallo? Ah, was noch fehlt an sich? 43 Steine. Eine Steintür. Ja, die kommt zum Schluss, glaube ich. Krasser Shit, Mann. Krasser Shit. Da oben haben wir erstmal wieder Holz. Ah, unsere Farmerinnen kommen her und holen es. Sehr schön. Ah, der ist eigentlich gut versorgt. Ah, meine Babychika. Sehr schön. Wie sieht es mit Hasis aus? 2, 4, 6 wieder. Oh, sehr gut. Zack. 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 Ah, die Hühnchen lassen wir erstmal noch. Waren zum Verkaufen. Ich glaube, da verkaufe ich eher ein In-Vers. Und zwar einmal die, weil die brauchen wir ja nicht. Dann können die weg und können die weg. Fleisch würde ich gern selbst behalten. Aha, aha. Die brauchen wir auch gerade noch zum Verarbeiten. Da haben wir noch. Da können wir einen verkaufen. Und kaufen. Was hast du eigentlich? Nichts Interessantes zumindest. Ah, so betten wir eigentlich interessant. Ansonsten nix. Gut. Tschüss. Sehr schön. Gut. Gut, 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 gut. Mal kurz nach der Weaverin gucken. Ist beschäftigt. Nach dem Koch gucken. Äh, das war der Manson. Sorry. Hier ist der Koch. Ist glaube ich auch beschäftigt. Er ist beschäftigt. Krass. Alter, was der noch Geschäft vor sich hat. Heißt ja, da sind wir nicht weniger. Cook's Mountains. Nee, das hat er nicht dran. Okay, interessant. Der ist auch noch gut beschäftigt. Der macht mir dann nochmal zehn Stück da davon. So. Gut, dann kann ich mir das ein bisschen Gas geben. Die dürfte aber eigentlich einsammeln. Meine ich. Ich habe ihr ja gesagt, sie darf einsammeln. Oder hat sie... Oder habe ich das rausgenommen? Dooferweise. Äh, ja, habe ich rausgenommen. Nein. Das war dann kurz bevor er abgestürzt ist. Okay, dann spare ich mir am besten gleich mal. Ja. Oi, 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 oi. Siebenundzwanzig Leute haben wir da. Alter Vater, ich hatte noch nie so ein großes Dorf. Noch nie so kaputte Projekte. Krass. Ich bin fasziniert. Vor allem, dass die Bauten so funktionieren. Vor allem das, was... Aber an dem, was da Holz vergleichtert ist außenrum. Das ist halt einfach nur krank. Das ist natürlich auch noch interessant. Wenn das fertig ist, dann... Brauchen wir noch ein bisschen. Ja, die haben jetzt hier erstmal ein paar Häuser fertigzustellen. Äh... Oh, ich glaube, das machen sie gerade hier. Ja, das wird jetzt gerade fertiggestellt. Das sind die letzten Zügen. Das ist okay. Aber ein Blacksmith ist aus. Das ist notwendig. So, es geht wirklich Fresserei los. Das gucke ich mir auch so gerne an. Warten wir ein bisschen schneller. Krass. Wie sie alle angeflitzt kommen. Mahlzeit. Wird auf den Tisch gelaufen. Da sind die Haftingsgrubellos. Da kennen die einfach nichts. Das wird einfach gemacht. Dahres ist nicht die Haftingsgrubellos. Keine Theater. Die Haftingsgrubellos. Nurgens weakness. Oder sie nach wie ein bisschen weitergez. Oder sie tillag. oder wie ein Schro initiatives. Nur Warstein. Das ist das istritt. Amit вам Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020